Herzlich Willkommen! Wir spielen Panzer Corps in der Modifikation Battlefield Europe und dort das große Szenario Barbarossa und befinden uns am Ende von Zug 4. Der Computergegner ist sozusagen dran und kann uns einheizen, so wie möglich ist. Diesmal nicht ganz so viel Vorrede, sondern ich lasse erst mal den PC sein Werk tun und danach schauen wir uns mal an, wie sich die Situation entwickelt hat. Also, ich blende mal noch die Details ein für die Einheiten und dann geht es schon los. Und zur arme Kavalerie. Lass die mal in Ruhe. Ja, die greifen vor gezielt und Sahari an. Wir haben im Afrika Korps alle drei Artilleriegeschütze, die wir besitzen, wurden angegriffen. Es tauschen wieder ältliche Schiffe, Flugzeuge auf, Boote. Ich frage mich mal, ob die Briten ihre Flugzeuge hernehmen. Es ist unvorstellbar. Wir haben drei oder so zurückgezogen und fünf neue hingestellt. Entweder bekommen die wirklich regelmäßig neue Staffeln gestellt vom Spiel, oder aber der PC baut sich immer welche oder die sind weiter oben in stationiert und der noch mal verlegt. Keine Ahnung. Es nervt auf jeden Fall. So, mal schauen, was noch passiert. Partisan. Jo. Aber, pff. Das war nicht wirklich schlimm. Das haben wir gut ausgehalten. Und wir bekommen selbst auch eine Einheit. Jagdgeschwade 26. Worte umgerüstet auf Focke-Wolf 190 A1. In der Nähe von Paris. Das ist super. Die Focke-Wolf 190 ist ein fantastisches Flugzeug. Und den britischen Spitefire, wie es hier auch steht, wirklich ebenbürtig. Ich freue mich, dass ich die habe. Einfach toll. Da sind sie auch schon. Ja, schönes Bild. Und man sieht es ja, der Angriffswert ist 17, Verteidigung 19, Initiative 11. Und dann haben wir jetzt mal so eine bisherige, beste Staffel von uns nehmen. Also eine Mechanot 9 11. Die hat halt 13, 19, 11. Also der Angriffswert ist um vier Punkte gestiegen. Das ist schon super. Also mit den Dingern lasse ich wirklich was machen. Ich freue mich schon auf den Einsatz. Aber wir fangen wie üblich hier oben an. Oder sagen wir mal, wir gucken mal kurz vorher auf die Verlustliste. Und haben uns doch ziemlich gut geschlagen. Wir haben bis jetzt verloren. Eine Befestigung, eine Infanterie und ein Schiffchen. Wenn ich das richtig sehe. Und der Gegner hat verloren etwa 40, 50, 60, 70 Einheiten. Also läuft, würde ich sagen. Okay. Wir wollten neue U-Boote nach oben schicken. Und genau das tun wir jetzt auch. Eine Flotille, noch eine Flotille. Wir können trotzdem mal ein paar Gegner auftauchen. Eine getauchte Flotille. Das ist jetzt einfach nichts zu sehen. Ich stelle dich mal hier rüber. Noch eine getauchte Flotille. Ah, da hinten ist ein Zerstörer. Den schnappen wir uns. Das ist mal eh aufpassen. Es ist gut, dass wir den Schwächen, weil wenn der unser U-Boot entdeckt, kann er dem auch richtig weh tun. Deswegen ist unser strategischer Bomber oder dieser Langstreckenbomber Focke-Wulf 200 wirklich toll, dass wir den hier oben haben. Er hat einen schönen Aufklärungsradius und er kann halt diese lästigen Zerstörer bekämpfen. Das war's doch noch schon im Atlantik. Viel mehr Einheiten haben wir dort ja nicht. Wir verstärken unsere schweren Schiffseinheiten. Und wir schießen auf die britischen Bomber, die jetzt hier zurückkommen. Leider nichts passiert. Oh ja, dafür ist der runtergefallen, der Blentheim. Super. Hier unten noch ein und hier drüben noch ein. Und ich versuche die mal beide zu erledigen. Das würde wahrscheinlich nicht reichen. Also fliegen wir mit dem hier hoch. Auch nicht ganz gereicht. Schade, schade. Die würde ich ja jetzt gern benutzen. Die zweite 1.109. Aber wie ihr seht, schafft dies gerade noch zum Flughafen zurück. Also jeder andere versucht die irgendwo hinzuschicken. Sorgt dafür, dass sie nicht genug Sprit hat. Und abstürzt. Ja, also die muss zum Flughafen. Leider. Und dann haben wir ja eigentlich auch nur noch die Focke Wulf hier. Die neue. Die könnte ich jetzt natürlich hier drüben einsetzen. Aber wenn ich es schaffe, diesen Bomber zu erledigen, bevor der wegkommt, mache ich das auch. Fast. Ein Punkt. Hier der auf zwei Punkte. Schade, schade. Schade, schade. Da hätte ich mich gefreut, wenn es die Gans erledigt hätte. Aber das ist ja hier kein Wunschkonzert. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. So. Hier lasse ich noch ein bisschen Munition heranbringen. Passiert sonst nichts. Hier oben haben wir noch eine Flak, die wir einsetzen können. Und diesmal versuchen wir halt, die Spite-Freier zu erwischen. Gar nichts passiert. Also, das hätte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Gut. Ich muss sagen, dass die Flax hier drüben ja diese Runde nichts erreicht haben. Schade. Ich dachte, ich würde die britischen Lufseinheiten jetzt schön reduzieren können. Aber nächste Runde ist ja auch noch gutes Wetter angesagt. Das ist übrigens ganz wichtig in dem Spiel, dass man sich mit dem Wetter beschäftigt. Und hier wird auch immer erklärt, welches Wetter herrscht und wie der Boden daraufhin aussieht. Also es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir zum Beispiel klares Wetter haben. Aber der Boden ist komplett schlammig, weil dann unsere Einheiten trotzdem nicht gut vorankommen. Also unsere Bodeneinheiten. Es geht ja nicht darum, ob die Flugzeuge nur eingesetzt werden können, sondern auch wie unsere Bodenstreitkräfte vorankommen. Und deswegen ist trockener Grund und klares Wetter natürlich das Ideale für Angriffsoperationen. So wie es halt jetzt noch ist. So, wir gehen mal hier hoch zu den Norwegern. Laden unsere Pack aus, die hier hingeflogen wurde und haben da diese Partisanen entdeckt. Da ich es nicht schaffe, bis hier heranzukommen, da ich ja nur normale Wehrmacht habe und sich hier dazwischen im Gebirge befindet, lasse ich die einfach in ihrer Stellung. Die Partisanen müssen sich ja uns nähern, können aber momentan auch keine Städte direkt besetzen. Gut, die hier oben vielleicht, aber da schieße ich jetzt das kleine Schnellboot rein, dann hat sich das auch erledigt. Und deswegen warte ich einfach, bis die näher kommen und nein, du solltest nicht zurückfahren, du solltest genau da bleiben. Ja, ich hatte ja gesagt, das soll ein bisschen Aufklärung betreiben. Ich hatte gerade überlegt, ob ich diese Zerstörerflotille, die dritte, verstärke, aber da kostet die Verstärkung um einen extra Punkt, also von 10 auf 11, 225 Prestige, weil es halt Elite ist. Nein, das ist mir deutlich zu teuer. Das machen wir nicht. Gut, hier ist leider, wie gesagt, nicht viel passiert. Unsere Flieger waren, naja, unsere Flagggeschütze waren schlecht und unsere U-Boote konnten noch nichts weitermachen. Deswegen geht es jetzt einfach in Italien weiter, wie ihr das kennt. Hier haben wir noch eine Zerstörerflotille, der Italiener, die verstärkt werden muss. Und hier haben wir auch noch, die hatten das letzte Mal ein bisschen leiden müssen durch den Angriff der Partisanen, die verstärkt war. Und das Schlachtschiff Vittorio Veneto wird nochmal um einen Punkt erhöht. Und in der nächsten Runde kannst du dann endlich seinen letzten Stärkerpunkt bekommen und dann mal losfahren. Wird ja auch Zeit. So, wie ihr seht, ist unser Jäger, der das letzte Mal die Hurricane bei Malta abschießen konnte, auch so gut wie leer. Ein Schuss noch, 12 Punkte Sprit, das ist nicht viel. Also werden wir den jetzt hier rüber transportieren und stattdessen versuchen, das Gruppe zu bekämpfen. Die Garnition bei Malta zu bekämpfen. Und wie gesagt, den auf den Flughafen ziehen, reparieren und auftanken. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass wir jetzt hier keine Deckung mehr haben. Wir haben leider keine Einheiten, die wir nutzen können, um dieses Flugzeug zu schützen. Jetzt bin ich schon wieder so, dass ich mich selber ablenken lasse, wenn man schon ein U-Boot entdeckt, was aufgetaucht ist. Dann kann man es ja auch direkt angreifen, denke ich mir. Oh, das ist ja hartnäckig. Von was das immer genau abhängt, warum manche U-Boote so schnell vernichtet werden können, andere nicht. Ich weiß es nicht. Wir hatten es ja bei Riga gesehen. Da habe ich eine U-Boot-Flatille mit 7er Stärkepunkten komplett zerstören können in einem Angriff. Hier und wieder haben drei Zerstörer drauf geschossen und ein Flugzeuggeschwader und trotzdem ist er nur um 5 Punkte gesunken. Das ist blöd. Jetzt habe ich leider auch, da ich mich hier hin bewegt habe, noch einen weiteren, naja, eigentlich schon Fehler gemacht. Denn ich bin natürlich jetzt angreifbar für den leichten Kreuzer. Das ist manchmal ist man einfach, das muss ich halt ablenken. Die Schlachtschiffe und schweren Kreuzer werde ich aber jetzt hier rüber ziehen. Das ist jetzt, da wird jetzt nicht mehr rumgeeiert. Die fahren jetzt nach Afrika, so wie es die ganze Zeit schon sein sollte. und sorgen dafür, dass es dort halt ein bisschen vorangeht. Mit dem warten wir mal noch. Dieses Flugzeug sollte nur aufgetankt werden. Hier hat man sein Schlachtschiff angegriffen. Das machen wir einfach nochmal. Diesmal gibt es noch zwei Punkte Verlust, aber hey, das ist ja nicht schlecht. Und wir greifen auch nochmal seine Artillerie an und vernichten diese. Das ist sehr schön. Und schützen dann mit unseren Jägern unsere Flugzeuge. Ich dachte, ich komme hier rüber, leider nicht. So muss der hier hin. Der muss eigentlich da bleiben. Der muss schon mal hier rüber fliegen. Bei der Gelegenheit kann auch gleich die britische Infanterie angreifen, wenn er immer da ist. Der deckt den. Gut, das zu den Flugzeugen. Das sind die Gebirgsjäger. Die schieben wir jetzt auf den Flug haben, damit sie in der nächsten Runde ausgeladen können. Das sind die falschen Meeger. Die können wir im Ball ausladen. So, wir bewegen die auch hier ran. Und dann auch noch die zweite Truppe. Was wir die an, wie wir es schon vorhin gesagt hatten oder beim letzten Mal gesagt haben, wirklich in konzentrierter Form einsetzen. Also nicht einzeln in die Hand werfen. So, hier unten. Ich könnte scouten gehen. Bin auch natürlich neugierig, was in Mersa Marut an Truppen steht. Aber nur mit dem einen Fahrzeug ist es mir ein bisschen zu knapp. Stattdessen konzentriere ich mich darauf, die Mathilda noch ein bisschen zu beschädigen. Vielleicht klappt es ja, dass ich der richtig Schaden zufüllen kann oder nicht zerstören kann. Die wäre ich schon gerne los, bevor wir uns hier mit anderen Sachen beschäftigen. Ah, das ist schon gar nicht schlecht. Panzer an. Leider nicht zerstört. Das ist halt ne Mathilda. Bis zum bleibt ne Mathilda und das ein leichter italienischer Panzer. Da hat sie einen einzigen Punkt. Ja. Und diese Artillerie ist leider zu leicht, als dass sie bisher hinreichen würde. Schade. Schade, schade. Ich hätte doch zu gerne dieses Fahrzeug zerstört. Jetzt bewege ich mal noch meine Wehrmachtsinfanterie rüber. Ich kann sogar das Schiff angreifen. Ich frage mich zwar, wie das aussehen würde in Wirklichkeit. Was machen die denn da? Werfen die Handgranaten an Bord oder? Das ist halt ein Spiel. Auch mein Aufklärer fährt wahrscheinlich am Strand hin und her und bedroht ihn mit seiner gefährlichen Maschinenkanone. Gut. Egal. Ich fahre nicht Richtung Merzamatru. Wie gesagt, es ist mir ein bisschen zu heikel. Sondern ich möchte erst diese beweglichen Truppen hier loswerden. Die Schiffe hier loswerden. Und dann... Dann bekümmern wir uns da rum. Hier oben sind Zerstörer. So bewege ich meinen eigenen hier hin. Ach, na so ein Glück. Oder... Ja. Das britische U-Boot, was hier noch rumkreucht, haben wir entdeckt. Leider ist es ausgewichen. Auch das konnten wir jetzt nicht zerstören. Und ich habe bedauerlicherweise auch keinen taktischen Bomber mehr da, den ich zum Angriff schicken kann. Also wie ihr seht, haben wir noch genug zu tun. Hier ein Schiff, da ein Schiff, ein U-Boot, noch ein Schiff. Die beiden müssen noch weg. Der Ring ist immer noch völlig unbeschädigt. Von hier drüben kommt sicherlich noch was Neues. Keine Ahnung was. Aber da werden wir noch Einheiten haben. Hier drüben haben wir zwei Schiffe des Feindes. Wir haben das U-Boot noch. Wir haben die Festung. Also an Gegnern mangelt es definitiv nicht. So, das ist nochmal ein Zerstörer von uns. Der dann auch gegen das U-Boot eingesetzt werden kann. Aber ich versuche beim nächsten Mal wirklich konzentrierter meine Truppen Richtung Afrika zu schicken. Also diese Ablenkung hier. Ja. So ist man halt manchmal. Da lässt man sich dann verleiten dazu. Doch nochmal mit Mühe und Not. Das ist ein bisschen wie bei World of Tanks. Kennt ihr vielleicht. Man steht irgendwo in Deckung und schaut raus. Schießt. Zieht sich wieder zurück. Kriegt dabei einen Treffer meistens. Und dann denkt man sich. Ja. Der Gegner hält ja nicht mehr viel aus. Noch einmal vor. Noch einmal probieren. Dann erwische ich ihn. Dass man in der Zwischenzeit selber so viel Schaden bekommen hat, dass man wahrscheinlich vernichtet wird. Das interessiert halt nicht. Das ist halt Eifer des Gefechts. Und genauso ist es ja auch. Ich lasse mich halt manchmal dazu hinreißen, taktisch unkluge Züge zu machen. Aber es ist ja nur ein Spiel. So. Wir haben gesagt, warten auf die Partisanen. Das haben wir alles erledigt. Die Atlantik haben wir erledigt. Die Harien haben wir erledigt. Und Nordafrika. Dann geht es jetzt mal wieder nach ganz weit in den Norden. Zu den Finnen. Und die Finnen ruten beharrlich langsam auf Petro Zardowsk vor. Diese Jäger möchte ich verstärken mit Elite. Die hat man sich letztes Jahr mal hier angeguckt, wie gut die sind. Und die dürften, egal was die russische Streitkräfte hier an Truppen haben, mit dem dürften sie gewachsen sein. Ich hätte gerne noch ein bisschen schwerere Artillerie. Aber ein Aufklärer wäre auch nicht schlecht. Irgendein Kettenfahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob die Finnen sowas überhaupt besaßen. So. Jetzt haben wir die beiden Flugzeugstaffeln. Ich werde mal die Jungs hier in der Stadt angreifen. Ich sehe jetzt auch die Artillerie des Feindes, die hier als Deckung steht. Das heißt, die im Graben anzugreifen würden wir unter Gegenfeuer riskieren müssen. Wollen wir aber auch gar nicht. Für die Finnen ist es nur wichtig, die Puri zu sichern. Klingt vom Namen her schon eher finnisch als russisch. Ist wahrscheinlich schon immer eine finnische Stadt gewesen. Oder halt nur mal kurzzeitig übernommen. Und das ist mein Ziel. Erstmal nicht Leningrad direkt anzugreifen. Vielleicht, wenn wir mit unseren Hauptkräften vor Leningrad sind. Und die halt von hier oben Truppen nach Süden abziehen müssen. Dann könnte die Stunde da hin schlagen. Dann könnten wir das probieren. So. Ich bewege mich nicht hinein. Weil meine Einheit auch ein bisschen zu schwach ist, finde ich. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht reparieren kann. Das ist ja mal interessant. Ich habe die doch nicht bewegt. Wieso gibt es keine Chance, diese Einheit zu reparieren? Hm. Stärke 8. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sei es drum. Wie gesagt, alle anderen Truppenverbände der Finnen bekommen Elite-Verstärkung. So wie wir das schon gemacht hatten. Ich bin der Meinung, das ist nützlich. Es sind ja nicht so viele. Und ich möchte halt, dass die dem Gegner stetig überlegen sein können 1 zu 1. Und deswegen gönne ich denen halt die paar Punkte. Wir haben immer noch 2663 Prestige. Das ist ein schönes Polster. Auch wenn natürlich die Umrüstung von Panzereinheiten zum Beispiel oder von Flugzeugen richtig teuer sein wird. Aber noch nehmen wir das nicht vor. Deswegen ist es okay. Und den Jäger, den möchte ich gerne mal hier oben zum Scouten schicken. Hier ist kein Flughafen. Also vermute ich auch keine Flak. Da sehe ich zumindest was hier ist. Wie siehst du? Siehst du? Mehr Truppen als ich dachte. Eine Artillerie. Soldaten, Soldaten und Soldaten. Also keine Rekruten. Jetzt haben wir hier die Standard-Truppen der Sowjetunion. Angriff 3, Verteidigung 6 in I1. Angriff 4, Verteidigung 8 in I2. Also wir sind besser. Aber wir haben jetzt momentan einen 3 plus Ari und die haben 4 plus Ari. Und sind halt auch ein bisschen verschanzt. Deswegen werden wir diese Infanterie hier drüben, die sechste Finisher, noch mit hier hochziehen. Und dann halt Jäger noch einsetzen. Und dann werden wir sie schon brechen. Und der Rest hier unten sollte ja völlig ausreichen, um die Gegend zu sichern. Okay, das zu den Fin. Jetzt haben wir hier drüben noch ein paar Flugzeuge. Quatsch, ein paar Schiffe, um die ich mich kümmern möchte. Das U-Boot sollte zurückfahren. Das war ja, naja, zu einem Urlaubstrip in der Ostsee, ohne irgendwas gemacht zu haben. Die U-Boote des Feindes hatten wir zerstört. Deswegen können wir unsere eigenen Zerstörer jetzt nehmen. Und reparieren. Das ziehen wir schon mal hier rein. Dann kommt es der Hafen. Und jetzt können wir weiter vorfahren. Und jetzt decken wir auch schon eine Feindeinheit auf. Sowjetische Pioniere. Da heißen auch noch mal Seeminen. Also man kommt hier nicht rum. Ich kann die Seeminen noch nicht mal direkt angreifen mit meinen schweren Schiffen. Müsste man wahrscheinlich auch taktische Bomber drauf jagen. Oder strategisch weiß ich es nicht. Müsste mal ausprobieren. Wie auch immer. Die haben 20 Stärkepunkte. Also hier durchzukommen. Wäre mühselig. Ich hätte das natürlich gern. Artillerie sozusagen auf dem Wasser. Oder die Leningrad beschießen können. Das ist schon toll. Aufgrund dieser Lage, dass hier alles zu ist, ziehe ich jetzt ein Schiff wieder weg. Also den Kreuzer Leipzig. Schicke ich auch zurück. Und es bleiben jetzt halt nur diese beiden schweren Schiffe. Und vielleicht halt die Zerstörer, wenn sie repariert sind. Der Rest geht dann Richtung Skagerrak. Also hier zum Skagerrak zurück. Und die zieht dann nach Norwegen. Oder wenn diese Schiffe hier drüben fertig sind. Dass ich sagen kann, ich schaffe es halt irgendwo die zu vereinen. Und wieder machen die einen Kanaldurchbruch. Kennt man ja aus der Astoria. Schauen aus Kneisenau. Wie sie kloreich durch den Kanal gefahren sind. Unter dem Feuer der Briten. War gar nicht so schlimm, wie es dargestellt wurde. Wäre auch mehr so eine sehr ausge... Ja... Also für Marketingzwecke sehr... Sehr klasse Aktion. Da wurde halt viel drüber berichtet. Aber... Das hatte nicht viel Wert. Die Schiffe konnten zwar gerettet werden. Und nach Deutschland zurückgebracht werden. Aber eigentlich hat die deutsche Hochseelflotte ja sowieso kaum was erreicht. Also... Da floss so viel Energie rein. Um diese schweren Schiffe zu bauen. Die ja auch technisch gesehen gut waren. Aber es waren zu wenige. Sie wurden schlecht eingesetzt. Und... Hatten... Militärisch keinen Nutzen. Deswegen... Also wir möchten das anders machen. Wenn ich die schon aufs Zehen gebracht habe. Was ja noch ein paar Runden dauert. Dann sollten die auch effektiv irgendwo wirken. Entweder überlege ich dann wirklich in England zu landen. Und die Schiffe halt zur Deckung einzusetzen. Oder ich versuche es halt hier rüber zu bringen. Mit dem ganzen Kram von hier oben zu vereinen. Und dann zu sagen... Okay, jetzt... Wage ich es von mir aus mal nach Skapa Floh zu gucken. Oder ich greife die britische Flugplätze an. Oder ich... Wage in Vorstoß nach Gibraltar. Wobei das natürlich ein weiterer Weg und gefährlich ist. Weil wenn ich hier nicht durchkomme... Habe ich auch keine Versorgungsstation. Ich gehe mal auf die strategische Karte, um das zu zeigen. Also wir haben hier unsere Häfen. Hier ist Gibraltar. Und wir müssen halt sozusagen hier komplett einmal rumfahren. Haben dort auch keine... Keine... Also der nächste Flugplatz ist irgendwo hier oben. Also unsere Jäger kommen auch nicht hin. Und die anderen Flugplätze sind hier drüben. Das ist auch zu weit. Wir fahren also wirklich nur mit den Schiffen hier lang. Wenn überhaupt. Dann müssten wir die Flotte vernichten. Hier durchfahren. Und erst hier drüben. Wieder in Italien. Bekommen wir wieder Versorgung, Reparaturmöglichkeiten und so weiter. Das ist... Ziemlich gefährlich. Vielleicht wäre eine Variante zu sagen... Okay, wir warten hier drüben noch. Vernichten mit den italienischen Einheiten. Die Briten hier unten. Bei Ägypten. Und was hier so um Malta drum herum nervt. Greifen wir uns die. Kommt von hier. Greifen wir uns hier oben. Kommt von da. Dann ist Gibraltar unserer. Wäre schon toll. Das ist ja auch der einzig britische Stützpunkt hier unten am Meer. Also wir haben ja sonst auch nichts. Also Malta und Gibraltar. Und ansonsten ist es hier drüben. Wenn wir den wegnehmen können... Das wäre schon eine schöne Sache. Würde mich freuen. Okay, ist genug gequatscht. Ich bin wieder mal in AC-Laune. Ihr merkt das. Alle Nebenkriegsschauplätze sind erledigt. Und wir machen dann gleich weiter an der russischen Front. Also bis gleich. Bis gleich. Drei. Drei.